Musik Im Zentrum in Feldbach fand die Messe für Bildungs- und Berufsorientierung Südost-Steiermark 2019 statt. Bei dieser zweitägigen Messe, die vom Regionalmanagement Südost-Steiermark, Steirisches Vulkanland und der Wirtschaftskammer Regionalstelle Südost-Steiermark organisiert wird, präsentierten zahlreiche regionale und überregionale Aussteller Informationen zur beruflichen Orientierung. Bildung ist bei uns in der Region eine Querschnittsmaterie, das heißt es soll in allen Lebensbereichen Bildung mitgedacht werden und für eine Region ist es wichtig, das Angebot, das es in einer Region gibt, auf einmal sichtbar zu machen, an einem Punkt sichtbar zu machen, weil sonst viele Bildungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden, übersehen werden und man glaubt, man muss woanders hin ausweichen, weil man einfach nicht erkennt, was es in der Region alles gibt, an Bildungseinrichtungen, aber auch an Lehrplätzen. Musik Neben 23 Schulen und 51 Lehrberufen präsentierten sich insgesamt elf Informations- und Beratungsstellen auf der Messe. Die Veranstaltung ermöglichte somit einen umfassenden Überblick über die vielfältigen beruflichen und bildungsspezifischen Möglichkeiten innerhalb der Region. Dabei spielt der direkte Kontakt eine wesentliche Rolle. Mit dieser Berufsinformationsmesse präsentieren sich heute von den 100 verschiedenen Lehrberufen, die wir in dieser Region anbieten und Lehrlinge ausbilden, sind 51 heute hier vertreten. Und das zeigt natürlich auch die Qualität dieser Messe, denn sehr viele der Jugendlichen besuchen im Vorfeld das Talent Center in der Wirtschaftskammer in Graz, wo sie sozusagen ihre Neigungen feststellen können und bei dieser Berufsorientierungsmesse können sie praktisch vor Ort anschauen, auch praktische erste Arbeiten durchführen und sagen, ja, die Entscheidung oder die Vorstellung, die ich von diesem Beruf habe, ist die richtige. Seit 2015 gibt es diese Messe, von der seither nicht nur die Besucher, sondern auch die Aussteller, egal ob Schule oder Unternehmen, profitieren. Wir sind da, um den Tourismus nahezubringen und für uns ist es wichtig, um bewusst zu machen, dass wir hier in der Region sind und dass es uns gibt und um zu zeigen, dass Hotellerie und Gastronomie ein wirklich schöner Beruf auszuüben ist. Es fasziniert uns jedes Mal, wie gut vorbereitete Schüler schon kommen, wie wissbegierig und wie genau die wissen, konkrete Fragen stellen, wie die genau wissen, wie ihre Zukunft eigentlich ausschauen soll. Und wir haben auch Gott sei Dank schon viele Lehrlinge aufgrund der Messe bei uns einstellen können. Die Rückmeldungen der letzten Jahre weisen auf den Erfolg sowie auf die Qualität der Messe hin. So nutzen auch viele Familien das Angebot, um sich gemeinsam zu informieren. Mich interessiert sehr IT-Technik und IT-Mechatronik und ich möchte gerne ein paar Schulen anschauen und ein paar Berufe. Ja, also für mich als Elternteil ist das eine tolle Geschichte, die da aufgezogen wird, damit sie eben der Nachwuchs oder beziehungsweise unsere Kinder sie toll informieren können über die verschiedenen Möglichkeiten, die sie haben, die sie nach der Pflichtschule eigentlich angehen können. Die Messe für Bildungs- und Berufsorientierung Südost-Steiermark 2019. Ein wichtiger Wegweiser in eine erfolgreiche Zukunft. Danke! Danke! Vielen Dank.